Bum, bapu, bapapapum, bapum, bapapapum. Ja, hallo und willkommen zurück zu YookaWatt 2, Part Nummer 53. Ja, im besten Part haben wir, ja, wir haben einen Film gedreht, wo wir ein Monster spielen, auch wenn es nicht danach aussah. Ein Oni, besser gesagt, gell? Und haben dadurch auch ein paar Sachen freigeschaltet, wie solche Konzeptzeichnungen und auch hier die Sammlung von den ganzen Bingo-Fails oder Checkpot-Sachen, wenn man eine Quest gemacht hat. Und, ja, ihr kennt die Prozedur, ich werfe hier ein paar Münzen ein, sind nur drei Stück für heute. Und ich habe auch offscreen ein paar YookaWatt gefangen, die zeige ich euch gleich. Ich lasse es übrigens sein, dass ich mal wieder jetzt hier die Videos dafür zeige, besonders wenn es YookaWatt sind, die man eigentlich schon kennt vom ersten Teil. Ist ja dann auch nichts super Neues in dem Sinne. Aber, ja, es hilft zumindest auch mir, dass ich nicht immer unerwürdigerweise halt, ja, mich hier hinsetze, Dinge einzeln aufnehme. Und am Endeffekt, ja, habe ich dann irgendwie das Gefühl, ja gut, da ist jetzt keine YookaWatt gewesen. Jetzt hockst du dich wieder unerwürdiger hin, musst wieder das Video löschen und bla, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und ich denke mal, man muss nicht wirklich jede klitzekleinigkeit in dem Let's Play zeigen, weil das verbraucht ja auch schon unerwürdige Zeit, wenn es danach geht. Ihr habt ja bestimmt schon gemerkt, dass ich hier ab einem gewissen Punkt angefangen habe, ist vom ersten Teil auf den zweiten Teil besonders, dass ich die Kämpfe rausschneide, die halt die kleinen Yookais beinhalten. Also Bosse sind natürlich demitiv drin, das wäre ja schon Schwachsinn. Oder halt bestimmte Yookai, wenn man die nur einmal sieht. Aber wenn es halt jetzt irgendwie danach geht, dass man halt jetzt irgendwie einen Yookai zehnmal sieht, dann, ja, dann reicht es ja, wenn man es einmal sieht, den Kampf. Und der Rest ist dann halt, ob man ihn fängt oder nicht. Das ist der allgemeine Gedanke. So, und das ist übrigens auch heute das Thema, weil ich habe heute vor, es liest vielleicht schon im Titel, dass ich heute ein, ja, ein bisschen hier Obstsalat machen möchte. Und zwar möchte ich gucken, dass ich die Früchte Jans bekomme in der Schule. Und zwar wird es halt zeigen, also es wird vermutlich sein, dass der Part heute ein bisschen kürzer wird. Ich weiß es ja noch nicht, das ist ja sozusagen Zukunftsgelaber, was ich hier gerade mache. Es ist halt nur die Planung, die ich halt heute habe. Die Schule ist hier unten, gell, ja. Ja, du musst schon hier unten, genau. Und deswegen kann es sein, dass natürlich der Part dann relativ kurz sein wird. Das wird für mich vor allem jetzt ein bisschen mehr Arbeit sein, weil ich halt wirklich jetzt die ganzen, ja, ich werde die ganzen Kämpfe halt rausschneiden. Aber ich werde es vermutlich mal so machen, dass ich halt, ähm, immer wieder Wartungshaltung irgendwie reingehe. Und wenn dann, oh, hier ein Ahrang. Ich lasse mich auch mal von Ahrang trinkern. Der muss da links sein, ähm, ja. Ähm, also das ist halt nicht einfach hier, äh, dass ihr die Kämpfe jetzt alle miterlebt, sondern dass ich halt ein Stückchen weiß auch die Kämpfe rausschneide. Damit wir halt dann nur am Ende die Kämpfe haben, die, ähm, ja, die halt, äh, vielleicht zur Bestätigung sehen. Oh, ich glaube, den habe ich noch nicht. Ist das nicht der Schierweeper? Ist der schnell. Na. Muss auch dazu sagen, die können ja auch fliehen. So ist es nicht. Das hatte ich ein bisschen gedauert. Und dann gucken wir mal, ob ich den fangen kann. Nee, leider nicht. Aber wie immer halt, man kennt es ja mittlerweile. Gerade bei Ahrang, First Trice ist immer so eine Sache für sich. Und, ja, es heißt mich auf jeden Fall nicht weiter ablenken, was ich auf jeden Fall oft noch ein bisschen gemacht habe. Und wie komme ich hier wieder raus? Ich will raus? Lass mich. Ähm, ich habe noch ein paar Yokai, äh, äh, fusioniert, die wir schon hatten. Also ich, zum Beispiel Toiletina in diese, äh, ähm, Maledixi. Oh, es regnet. Immer diese Spieleunterbrüschung. Wie komme ich hier wieder raus? Ich will hier weg. Mann! Hier komme ich nicht hoch. Was, was, was mache ich denn hier jetzt gerade? Ernsthaft spielt, dass ich hier keine, keine Leiter, ich muss wirklich von unten irgendwie wieder raus oder so. Ach da, okay, gut. Das Eck habe ich übersehen, dass man da raus kann. Weil, wie gesagt, ich habe heute vor, die, äh, Yokai, die, äh, ja, die Chibanyans da zu fangen. Und je nachdem, wie ich mich anstelle, äh, kriegen wir vielleicht heute alle oder gar keinen. Oder besser gesagt, jetzt kommt ihr auch ein bisschen aufs Glück drauf an, gell? Okay, das Zeug habe ich genug, brauche ich nicht kaufen. Und dann gucken wir einfach mal. Aber ganz kurz, gerade noch gesehen, da war noch ein Item. Lasst mich mal hier. Yay, Marathon gekommen. Oder besser gesagt, ich habe Geld auf dem Boden gefunden. Kann man schon verkaufen. Immer so, immer positiv sehen. Und, ja, dann werde ich mal gucken, wie das hier abläuft. Und ich werde natürlich das wieder so machen, dass ich halt, also deswegen schneide ich da noch ein bisschen was raus. Wenn ich nämlich kämpfe und die, äh, kommen da nicht mit, dann tue ich natürlich resetten und dann wieder kämpfen, bis sie halt mitkommen. Und, äh, ich werde es halt sehen, wie es am Ende halt aussieht beim Video. Ich kann auf jeden Fall, ja, dann könnt ihr vielleicht noch so einen Counter oder sowas dazu machen, wenn ihr wollt. Dass es halt irgendwie darum geht, hier, ähm, ja. Welche mir, wie der von, also wie oft mir gegen die kämpfen muss, bis dann einer mitkommt, mitgekommen ist, gell? So, dann fangen wir bei dem wieder an hier. Wir haben ja schon mal gegen sie gekämpft, jeweils einmal. Einfach nur mit dem Versuch, dass die mitkommen können. Aber jetzt ist halt richtig der, das Ziel, aber warte mal ganz kurz. Ich habe ganz vergessen, eine Sache zu überprüfen. Habe ich überhaupt genug Schokolade? Ich brauche ja im Prinzip nur sechs Stück von Schokolade, weil ich ja beim Reset, ich habe sogar genau sechs, okay, perfekt. Da war mein Vergangenheits-Ich wohl sehr gut dabei. Heißt, dass ich halt einmal fütter und dann beim Resetten, äh, kriege ich ja die Schokolade eh wieder. So, aber erst mal speichern, das ist noch wichtiger. Das ist noch wichtiger. So ist das, ja, das macht doch Spaß. So, es gibt die Stunden hier drin. So, und dann geht es mit unserem Ersten los hier. Traubanian, kommst du her? Bin ich mal gespannt. Einmal. No, leider nicht. Nummer zwei. Na. Und das dritte Mal. Na, bitte, bitte, bitte. Ja, schön. Ich meine, ab jedem Versuch wird der Gedanke höher. Ne, okay. Oh, ein Herzchen. Na, komm, hau nicht um. So, Nummer vier. Gab es sogar ein Herzchen? Vielleicht. Nein. Nummer fünf. Ich sammle dich langsam an. Na. Habst du gar nicht Schokolade gekriegt? Nein. Ne. Na. Okay, das war zu spät mit der Seele. Aber Nummer sechs. Na, hoffentlich jetzt mal. Nein. So, Nummer sieben. Da ging es sogar relativ schnell. Da war ich mal mit dem Crit am Anfang. Ja, kommst du mit? Du möchtest doch auch. Du möchtest auch mitkommen. Gib zu. Ja, okay. Sehr schön. Unser erster. Nach sieben versuchen. Okay. Ich will, dass du das, äh, äh, ich will, dass du, äh, ich, äh, dich und mein frisch gepflücktes Selbstfreunde werden. Natürlich, kommst du her. Deswegen käme ich ja mit dir. Passt doch nicht ganz zur Stimme im, in, beim Kampf, weil der macht sie, Traubenjag, Traubenjag. Aber gut, ist, ist eine interessante Stimme, gell? Nicht umbenennen, aber auf jeden Fall mitkommen. Sehr schön. Ich habe schon fast gezweifelt, aber man muss halt damit rechnen, dass es immer so drei, ich sag mal, ja gut, ein bis zehn Minimum Versuche sind. Ich glaube, wie war das nun mal? Ich glaube, bei, äh, bei den Ubin, beim Rubinjang war das, glaube ich. Da habe ich am Ende 27 Versuche gebraucht. Aber wir werden es noch sehen. Wir werden es noch sehen. Kommst du mit? Auf jeden Fall auch direkt speichern. Und gleich zum nächsten dann. Hey, Uwe, das war Traubenjag, äh, Traub, äh, Traub, sehr gewöhnlich. Du kannst immer zurückkommen. Dass man vielleicht nochmal kämpfen kann, gell? Eventuell. Vielleicht kriegt man dann mehrere, wenn man will. Oder halt durch Erfahrungsmobel oder sowas, gell? In dem Sinne. Aber immerhin, eine haben wir schon mal weg. Hat grob gerechnet, ja, vielleicht zehn Minuten gedauert, wenn es danach geht. Aber das ist immer eine relative Sache, je nachdem, wie lange man halt allgemein braucht, gell? Das ist der nächste. Kommst du mit? Hoffentlich. Vielleicht beim ersten Mal, wäre super. Okay, erster Versuch, direkt mal weggekrittet. Bin ich mal gespannt, in dem Sinne, ja. Oh, Pulli-Seel hoch, ja gut. Aber nichts, okay. So, Nummer zwei down. So, das würde jetzt öfters passieren, weil ich es immer wieder einsetze. Okay, Nummer zwei war nichts. Okay, Nummer drei war die erst mal direkt weggekrittet, aber richtig. Das waren irgendwie zwei harte Treffer. So. Oh, 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 oh. So. Und dann kommt er weiter mit. Okay, nach dem dritten Versuch sogar. Das ging schnell. Der war einfach K.O. direkt. Ich mach' einen karpfen Blick, dann lass' ich uns, ich freu' dich ein. Kommst du her. Sehr gut. Der ging schnell. Kantalubnian, so teuer. So teuer. Die Extrasätze sind gut. Jetzt ist es so teuer, eine Honigmelone zu bezahlen. Ich weiß es gerade gar nicht. Kommst du her, du. Kleiner Verrückter, du. Der hat auch Heilung drauf, hab ich gesehen im Kampf. Also er kann sich selber sozusagen einen Buff geben. Oh Mann, ich habe keinen Schaft mehr. Meine Leistung hatte keinen Geschmack. Kommt zurück, wenn ich die Chance hatte zu reifen. Du hast die Chance. Jetzt habe ich dich nämlich umstärkt. Gefällt mir. Ich meine, wie gesagt, es kann sein, dass wieder einer davon dabei ist, der total aus dem, äh, ja, aus dem, äh, ja, aus dem Kontrastfeld hier erst mal 20, 30 kämpfen zu wollen oder so. Aber bisher bin ich zufrieden, ja. Ja, Peng Yang kommt mit. Ja, 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 Peng Yang. Kommst du her. Am besten gleich vom ersten Mal. So, Nummer 1. Sehr Crit-anfällig, kommt mir das irgendwie so vor, weil selbst die anderen beiden gekritet haben von mir. So, immer diese doppelte Level-Aufstiege werden wir ein paar Mal sehen, ja. Na, war nix. Okay. So, wieder weggekritet. Ich liebe den Crit übrigens vom Kiligaros. Nummer 3 hier, ja. Wer gesagt, wird er versucht. Macht, glaube ich, mehr Sinn vom Gedanken her. Okay. So, Nummer 4. Oder war es 3? Ne, 4 war es, oder? Ich bin schon wieder verwirrt. Na? Okay, ne. So, Nummer 5. Auch wenn einer draufgegangen ist. Also, Erdbeeren-Yang kann ziemlich krass mit Feuerbällen werfen. Brennende Erdbeeren, wenn man so will. Und bei Crit sowieso heftig. Na, so, da nix. Okay. Oh, ne goldene. Na, Geld drin. Okay. Ja, ich sehe, leider nur Geld. Aber vielleicht kommt er jetzt mit. Nummer 6 war das ja hier. Ne, so, da nicht. So, Nummer 7. Damit hätten wir den gleich auf mit unserem ersten. Mit unserem Trauben-Yang, ne? Na? Kommst du mit? Ne. Ne. So, Nummer 8. Damit hätten wir unseren Yokai, der bisher am längsten braucht, gell? Bin mal gespannt, ob er gleich mitkommt. Aber ich glaube eher, dass das das Äquivalent zu unserem Robin-Yang sein wird, irgendwie. So leicht wegen Erdbeeren, wegen der Farbe. Aber auch nur deswegen. Ne, okay. So, Nummer 9. Ja. So langsam. Langsam macht es so merkbar, dass die eigentlich doch nicht so leicht zu kriegen sind, gell? Ich glaube, die mit dem 3 war auf jeden Fall definitiv Glück. Vielleicht war auch die 7 Glück, in dem Sinne. Ja, okay. So, da haben wir die Nummer 10. Jetzt kommt bitte mit. Wird Zeit. Es regnet draußen, also, weißt du ja, schön nach Hause gehen, in dem Sinne. Naja, nee. So, und die Nummer 11. Schön weggehauen. Das kommt doch langsam mit. Ich meine, über 10 ist schon, ja, so langsam. Ah, okay, hat gehört. Okay, alles klar. Ja, oder sie, wäre immer, keine Ahnung, gell? Es ist ein süßhauriges Gefühl, ich möchte bei dir bleiben, nach 11 Mal oder so. Ja, ja, komm, komm mit. Sehr gut. Erdbeerenjahn. Ja, ja, immer erdbeersüß-sauer irgendwie, keine Ahnung. Das ist angriffslustig. Das ist nichts süßes, das ist angriffslustig. Aber schön. Die Hälfte haben wir schon mal, das ist schon mal sehr gut. Ich meine, Stück für Stück füllt sich dann durch ja auch das Medallium dabei, gell? Und gleichzeitig, ja, muss man sich dann um die und dann erstmal überhaupt nicht mehr kümmern. Oh, das ist mal ein tolles Torartikel anfangen. Gut, dass ich Herausforderungen genieße. Genau, und ich genieße jetzt erstmal das Speichern. Dankeschön dafür. Ich bin mal gespannt, ob noch einer komplett aus der Reihe tanzen wird und ewig braucht. Aber das ist natürlich, das ist halt immer nur die Chance, gell? Du kannst da auch 500 Mal den Kämpfen und nicht bekommen. Ich glaube, das ist immer so die relative Sache. Man hat ja leider keine Prozentanzeige, was das angeht. Und der Orang Yu-Tiang-Yang. Ja, ja, kommt sie mit. So, die Nummer 1. Ich muss doch, glaube ich, Feinhoorn wieder eine Heilung geben. Der wird gleich am Anfang gestorben. Nee, leider nicht. So, Nummer 2 ist er down. Wie gesagt, weil der Andi jetzt 11 gebraucht hat, bin ich eigentlich schon jetzt so im Gedanken, dass vielleicht jetzt mindestens 11 dauert. Ja, deswegen ist es ganz okay bisher. So, Nummer 3. Down, down. Nee. So, Nummer 4. Es kann natürlich sein, dass ich mich beim einen oder anderen schon verzählt habe. Das kann natürlich schon sein. Weil ich sehe ja immer das Gleiche. Ihr seht ja nur die Kurzfassung davon, gell? Aber nix. Okay. Na, das ist schon down. Okay. Nummer 5 war das? Glaube ich, ja. Ich bin immer so auf den Kampf konzentriert, dass ich mich durch die Zahl vergessere. Okay, nee. So, Nummer 6. Wieder nix. So, Nummer 7. Wird langsam zur Hälfte zu dem, was man erwartet, glaube ich. Immer nix. Verdammt. So, weggekrittert für die Nummer 8. Kommst du jetzt mit? Wird Zeit. Bist du eh schon ausgepresst die ganze Zeit hier? Frischer Orangensaft? Nee, leider nicht. Nummer 9. Wird er unser Rekordhalter? Ich habe schon fast das Gefühl. Der hat sich langsam bei der Grenze. Ja, ja, ja. Und da ist die Nummer 10. Bin ja mal gespannt. Möchte er denselben Rekord haben wie der andere? Ich meine, wir waren bei 11, gell? Indirekter Rekord eigentlich nicht wirklich, gell? Nee, leider nicht, leider nicht. So, und die Nummer 11. Damit hat er denselben, dieselbe Menge wie unser Erdbein-Yang. Na, kommt er mit? Ja, nein, vielleicht? Nee. Nee, nee, nee. So, und da haben wir unsere Nummer 12. Wird langsam mal Zeit mit dir? Du komische Orange, du. Orang-Yang. Orang-U-Tang-Yang oder so. Nein, nimm noch nicht, verdammt. Und weggekriegt das Nummer 13 jetzt. Aber bitte, komm mit. Das ist doch nicht wahr hier. Ich weiß, dass es lange dauert, aber man muss nicht übertreiben. Na? Na? Na, Nummer 14. Gerade noch die Seen nicht bekommen. Nee. Wäre ja trotzdem schön, wenn er mitkommen würde. Nein, natürlich nicht. So, Nummer 15. Der will es wissen. Der will es wirklich wissen. Der will es wirklich wissen. Ja, wirklich will er es wissen. So, und die Nummer 16. Langsam, langsam wird es noch mitkommen. Also so, so leicht, vielleicht? Heute noch? Nee. Wow. So, und die Nummer 17. Langsam wird es lächerlich. Siehst du, ganz ehrlich? Langsam wird es lächerlich. Na, endlich. Na, endlich, okay. 17 Mal, okay, dann haben wir ihn endlich hier. Ja, ich bin stark, lass mich freuen geschehen. Ich habe mir jetzt anders überlegt, ja. Komm her, du. Verrückter du. Uranian, so saftig. Ja, so saftig. Okay, die haben alle so diese weibliche Stimme. Oder bei der Exakt sind wir derselbe Synchrosprecher, wenn es danach geht, gell? Aber, ja, ich hafte dich. Ich trippe dich aus, sage ich dir. Oh, du hast jetzt mal lange gedauert. 17. Aber immer noch keine 27 wie beim ersten Teil, deswegen ist es okay. Aber, ja. Ich meine, ich habe jetzt schon hier über, also jetzt für die Leute, die halt jetzt nichts sehen, weil ich alles rausschneide. Ich habe jetzt am D-Punkt jetzt hier schon über eine Stunde. Deswegen ist jetzt die Frage, mache ich die anderen beiden noch oder soll ich? Weißt du was? Ich mache es einfach. Und dann wird halt für mich der Part länger, weil für euch, dann passend, da haben wir alle in einem Video und dann denke ich mal, das ist ganz okay, gell? Aber erst mal speichern. Okay, erst mal ganz, ganz, ganz wichtig speichern. Beinahe hier gegen ihn gekämpft, das wäre jetzt doof gewesen. So. Jetzt kommt unser, ja, unser Melonian, gell? Genau. Und ich werde jetzt zermatschen. Einfach so. Einfach nur, weil ich es kann. So, die Nummer 1. Einfach nur mal so erwähnt. Vielleicht kommt er ja mit, gell? Ich glaube schon fast nicht, aber das wäre schon Kratz. Beim ersten Mal oder direkt beim zweiten Mal, wenn es danach geht. Oh, Attacke geht hoch. Sehr gut. Ja, okay. So, Nummer 2. Da geht er down. Na, möchtest du gleich mitkommen? Da haben wir es gleich hinter uns. Tut doch nicht mehr so sehr weh in dem Sinne. Ne. So, und die Nummer 3. Drei Melonen. Ja, das passt doch, oder? Ja, zumindest schön für ihn, für seinen Kopfschmerzen dann danach. Na, ne. Wunschdenken. So, und die Nummer 4. Da geht er doch. Und hoffe, ich komme da wieder, in dem Sinne. In meine Party. Ach ja. Ne. Okay. So, Nummer 5. Weiß ja die goldene Mitte von der 10. Perfekt für ihn. Könnte ja sein. Ne. Ne, ne. Und die Nummer 6. Na, hoffentlich jetzt mal. Wobei ich mittlerweile davon ausgehe, dass er auch 17 haben kann am Ende. Ich würde es nicht wundern. Ja, ne. So, Nummer 7. Dam, dam. Kommst du her. Wäre schön. Dann fehlt nur noch einer dann. Ne. Ja, ne. Ne, ne. So, und die Nummer 8. Da haben wir jetzt schon fast die Hälfte erreicht von dem, was wir, ja, was wir rechnen müssen, sage ich mal, so in dem Dreh. Ja. So, und die Nummer 9. Zumindest denke ich, dass es die Nummer 9 war. Ich verliere langsam wieder die Übersicht, was es angeht. Auch wenn es natürlich sehr simpel aussieht. Aber natürlich auch Akku aufladen und so. Aber, ne. Ne. So, Nummer 10. Ja, geschön. Kommst du mit? Ja, nein, vielleicht. Ne, ne, ne. So, und die Nummer 11. Kommst du bitte mit? Da bat nämlich noch einer auf mich. Bist nicht der Einzige, der noch hier mit mir kämpfen will. Ne, ne, will nicht. So, und die Nummer 12. Sozusagen auf die 12, wenn man so will. Direkt ins Gesicht. Du willst aber. Kommst her. Sag's dir. Nein, wer will nicht. Wer will nicht. Und die Nummer 13. Es wird langsam Zeit mit dir hier. Ich werde da wieder Rekord brechen vom anderen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Irgendwie die 17 knacken, ich sehe es schon kommen. Ja, ja, wird da wieder. Auf jeden Fall. Und die Nummer 14. Die ziehen es rechtlich raus, gell. Am Anfang noch schön bei 7 und bei 3. 11. Und jetzt sind die schon bei, ja. Locker drüber halt. Ach, ja. Ja, ne, ne. So, und die Nummer 15. Langsam kann ich die Melonen nicht mehr sehen. Ach, Mann, jetzt komm mit. Komm, hopp, hopp, hopp. Ja. Und die Nummer 16. Der wird den Rekord brechen. Ich sehe es, komm. Der wird den Rekord brechen. Den ich nicht verbrechen will, ehrlich gesagt. Ah, ne, ne. Und da ist die Nummer 17. Gleichstand. Willst du jetzt freiwillig mitkommen oder brichst du den Rekord? Wir werden es gleich sehen. Na, hopp, hopp. Komm, komm, komm mit. Ja. So, und die Nummer 18 haben wir jetzt. Ich habe das Gefühl, wir werden noch die 20 erreichen bei ihm. Und vielleicht noch darüber. Dass er das Äquivalent zu unserem Rubinyang ist, was es angeht. Am Ende betrifft er sogar den Rekord von 27. Ja, ja. Ja, gut. Und die Nummer 19. Muss er dazu sagen, es hilft natürlich nicht, dass halt dieser Schokoriegel auch der kleinste ist. Und es hier leider nur den Schokoriegel gibt, den er da essen will. Also bringt fast nichts, aber ja. Bleibt halt trotzdem reine Glückssache, gell, wenn man mitkommt. Ja. Und da ist die Nummer 20. Wow. Ich hätte nicht gedacht, so lange dauert. Vielleicht dauert es noch länger. Komm mit. Komm mit. Einfach mitkommen. Einfach mitkommen. Das ist nicht wahr, oder? Nee. Und die 21. Langsam wird es Zeit. Ich weiß, wenn es der letzte wäre, wäre es ja gut. Aber es ist ja noch einer da, der mindestens vielleicht genauso lange brauchen wird. Das ist genau das, was mich gerade so ein bisschen fertig macht. Der Part wird zu lang. Ja. Ja. So, und die Nummer 22. Wissen Sie, was mir gerade einfällt? Ich hätte es vielleicht so machen sollen, bei den ganzen Parts, die ich zwischendrin hatte. Ich hätte die einfach einmal täglich platt machen sollen, dann wäre vielleicht einer zwischendurch noch mitgekommen. Da hätte ich jetzt weniger Probleme, was es angeht. Aber das weiß man natürlich erst mal hinterher, gell. Er will nicht mit, Mann. So, Nummer 23. Da war sogar ein Herz dabei, also Herzseele. Ehrlich, wisst ihr, was ich meine? Na, komm, jetzt aber bitte. 23. Lang genug. Na. Oh, und die Nummer 24. Langsam wird es lächerlich. Langsam wird es echt lächerlich. Sonst, wenn man halt denkt, dass die anderen halt schon viel früher dabei waren. Das ist so der Gedanke. Na, das ist doch nicht wahr. So, die 25 wieder mit Herz. Wäre schön, wenn. Die Seele taucht ja auch immer in dem Sinne selten auf, deswegen. Aber die Chance natürlich schon leicht erhöht. Nein. Och. So, Nummer 26. Wird es jetzt mitkommen? Na, wie schön. Ich verzweifle langsam. Ich verzweifle langsam. Aber ich glaube, das will er auch, dass ich verzweifle hier. Na, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wisst ihr, was ich mich da manchmal loben würde? Wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, zu sagen, okay, je häufiger man den Kampf macht, umso höher ist die Chance, den Charakter auch zu bekommen. Weil es ist ja nicht schwer. Es geht ja nur noch darum, dass man hier den Kampf halt hinter sich hat. Und danach dann hofft, dass er dann irgendwie, ja, mitkommt. Oder bei Pokémon im Pokéball bleibt, was es angeht. Aber wenn man halt dann, keine Ahnung, schon, keine Ahnung, wie oft gekämpft hat gegen ihn. Früher oder später könnte man einen Einschaden dann einfach geben. Weil man ja eh schon oft genug besiegt hat. Das weiß ich meine. Aber dadurch, dass die Chancen ja fast immer gleich bleiben, wird es wohl genauso sein wie beim, ja, wie beim ersten Teil, nur noch schlimmer. Weil das ist das 27. Mal. Und ich war schon beim 27. Mal von Rubin Young, weil ich, ja, dann habe ich getriggert. Vor allem, wenn andere dann wirklich unter 10 Mal da mitkommen. Und das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Er kommt mit am 27. Das ist Rubin Young. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist getarnter Rubin Young. Wenn man den aufmachen würde, also einfach die Melone drumrum weg machen, dann ist es Rubin Young drunter. Das ist nur getarnt. Gibt's doch zu. Aua, ich dachte schon, ich werde dir zerquetscht. Willst du mein Freund sein? Nein, nein, nein. Aber komm trotzdem mit. Ich hasse dich. Melone Young. So sommerlich. Nein, nein, nein. Die schmeiße ich gleich ins Wasser da hinten. Tschüss. Das ist doch nicht wahr, ey. Aber einer fehlt noch. Das ist ja noch. Jetzt kommt er dazu. Einer fehlt noch. Und wer weiß, wie lange er braucht, gell? Und sein Kimi Young ist ein kleiner. Aber trotzdem. Wow, ey. Heftig. Okay, ich habe fast eine halbe Stunde nur für ihn hier gebraucht. Jetzt hier. Das ist echt übertrieben. Ich muss auf meinen Kopf ausruhen. Ja, ich hau dir heute den ganzen Tag da drauf. Mir doch egal. Erst mal speichern, dass wir ihn haben. Wow, das ist ja bald schlimmer, als wenn man hier per Zufall irgendwo einen Random-Yokai hat. Also so einen S-Rang-Yokai, den man fangen will. Und der halt zum Auftauchen eine Chance braucht. Er will einfach nur nicht mitkommen. Das ist ja auch schlimmer. So, Kimi Young. Yay, gutes Timing. Yay, 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 yay. Kommst du her jetzt. Hoffentlich klapp am ersten Mal. Das wäre, ihr wisst, der Wunschdenk-Moko. So, der erste Hit. Hoffentlich auch der letzte. Nee, ich glaube nicht. Also ich rechne auch schon mit 20 bei dem hier irgendwie leicht. Ja, okay. So, Nummer 2. Down, down. Nee. So, und die Nummer 3. Wäre schön, wenn er gleich mitkommen würde. Tut er nicht. Nee. So, viermal ins Gesicht. Wäre schön, wenn er mal ein bisschen früher mitkommen würde. Zumindest unter 10. Das wäre mir ja schon lieb. Ja. So, Nummer 5. Down, down. Nee. So, Nummer 6. Ja, ein bisschen zu spät, die Seele. Leider. Aber vielleicht kommt er direkt mit. Nein, natürlich nicht. So, Nummer 6 oder 7. Je nachdem. Wäre eigentlich schon langsam egal, weil dauernd wird es trotzdem. Nee, natürlich nicht. So, das war jetzt aber Nummer 7. Hm. Komm, ich setze mal. Nein, natürlich nicht. Oh, Triple Herz. Okay. Ja, komm, jetzt kommen wir auch mit hier. Aber erst mal sein Ulti. Ach komm, bitte. Es wäre jetzt schön, wenn er genau jetzt kommt, weil es ist das erste Mal übrigens ein Spiel, dass ich ein Schüppelherz bekomme. Wenn es jetzt nicht zählt, dann ärgere ich mich doppelt, dreifach. Das heißt, das ist Nummer 8, oder? Ja. Ja, okay. Okay, danke schön, Spiel. Immerhin. Kevin-Yang, frustrierend zu verlieren, obwohl ich so reif bin. Das ist mein Freund. Du bist, das ist frustrierend, wie er alle so lange braucht, mitzukommen. Aber das war gut. Das war gut mit den drei Herzen. Sehr gut. Kommst du her. Sämtlich vorbei hier. Kevin-Yang. Ja, ich bin nur Kevin-Yang. Bisschen frech, aber so ist es halt, gell. Ich habe den, glaube ich, ganz anders gesprochen beim ersten Mal, gell. Aber egal. Kommst du mit. Wow. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt knapp zwei Stunden Videomaterial aufgenommen. Also, ihr werdet ja dann am Ende sehen, wie lang das Video ist. Das muss ich erst mal zusammenschneiden. Aber das ist ja dann nicht euer Problem, sondern meins, in dem Sinne. Ich war ein ziemlich guter Kampf. Ich bin bald wieder reif für einen Kampf. Aber wie sein musst du warten. Nee, es reicht mir einmal. Ich habe euch alle jetzt. Erstmal ganz, ganz wichtig speichern hier. Und ja, ich glaube, für die Zukunft werde ich mich nochmal stark überlegen, ob ich jeden einzelnen Kampf hier drin lasse. Oder zumindest halt das Endergebnis, ob sie mitkommen oder nicht. Weil, ich habe jetzt wie viele Kämpfe insgesamt gemacht? Warte mal, das war jetzt, glaube ich, sieben, drei. Er war sieben und... Nee, er war elf, genau. Sieben undzwanzig. Der war dann auch 27. War das nicht so, beide? Ich bin schon wieder gekommen mit raus. Und er war dann wieder bei sieben. Okay. Also, an sich ging es, aber es waren locker mindestens 50 Kämpfe hier insgesamt. So, wie man so rechnet. Und ja, ich stelle mich jetzt hier ans Pult, weil ich der Lehrer bin. Und unterrichte jetzt noch ein bisschen. Und euch, ja, hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat. Ich bedanke mich dafür, dass ihr das Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yo-Kai-Waschi 2 sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und auch nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch bis Samstag auf Twitch streame. Für Live-Streaming, falls da jemand Bock hat. Kann er gerne zuschauen. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Und ich mache mir jetzt einen Obstsalat, sage ich euch. Nein, nein, nein. Doch, doch, ihr kommt alle in den Topf. Ciao.